Um 8 Minuten nach 9 Uhr beginnt die erste Champions-League-Auswärtsreise für den FC Basel seit anderthalb Jahren, seit Porto im März 2015. Tauland Xhaka und Renato Steffen lassen es erst mal gemütlich angehen, während andere alle Hände voll mit Interviews zu tun haben. Für mich ist es wichtig, dass wir den Mut haben, dass wir die Einstellung, dass wir die Überzeugung haben, dass wir dort den Wände mithalten wollen. Mut ist das Schlagwort an diesem Morgen vor dem Abflug nach London. Wir sind nicht mehr Favoriten auf dem Platz, aber wir versuchen, Punkte zu holen. Wir versuchen auch dort mutig zu spielen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns nicht verstecken, dass wir Angst haben, um zu spielen. Wir werden uns das Beste geben, auch mit dieser Rolle, wenn wir Aussenseiter sind, und versuchen, Punkte heissen. Boarding um 10 Uhr und dann folgt der rund 90-minütige Flug mit Blick über Paris, der Stadt des übernächsten Gegners. Doch die Gegenwart heisst Landen und die unmittelbare Zukunft heisst Arsenal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017